Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hinter uns liegt ein herausforderndes Jahr. Umso wichtiger ist es, sich auf all das Gute zu besinnen, das im zurückliegenden Jahr passiert ist. Denn neben Corona gibt es viele weitere Aufgaben, die wir mit viel Tatendrang und guten Ideen angehen und Bayern weiter voranzubringen. Auf welche Ergebnisse wir dabei besonders stolz sind, haben wir in unserem Meinungsstück zusammengefasst. Ich wünsche Ihnen wieder viel Freude beim Lesen und vor allem, bleiben Sie gesund!